In diesem Video gebe ich dir einen Einblick in das Störungsbild des Prostatakarzinoms. Das Prostatakarzinom oder Prostatakrebs ist eine bösartige Tumorerkrankung und geht vom Drüsengewebe der Prostata aus, der Vorsteherdrüse. In Deutschland sterben knapp 3 von 100 Männern an Prostatakrebs. Der Prostatakrebs gehört damit zu den häufigsten Krebserkrankungen des Mannes. Innerhalb der Gruppe der an Krebs verstorbenen Männern ist er für etwa 10% der Todesfälle verantwortlich und stellt damit die dritthäufigste tödliche Krebserkrankung nach Lungen- und Darmkrebs dar. Die Erkrankung ist im Frühstadium symptomlos. Im fortgeschrittenen Stadium können Beschwerden wie Blasenentleerungsstörungen, Knochenschmerzen und später auch Gewichtsverlust und Blutarmut auftreten. Wird die Diagnose erst gestellt, wenn bereits Symptome aufgetreten sind, hat häufig schon eine Metastasierung stattgefunden, vorrangig in die lokalen Lymphknoten oder auch in das Skelett als Knochenmetastasen. Eine Behandlung mit Aussicht auf Heilung, also kurativ, ist nur möglich, wenn das entartete Gewebe die Organgrenzen noch nicht überschritten hat und keine Metastasen vorliegen. Da es in der Regel erst bei Fortschreiten der Erkrankung zu Beschwerden kommt, wird in Deutschland eine regelmäßige Früherkennungsuntersuchung für Männer über 45 Jahre empfohlen. Auch schon ab dem 41. Lebensjahr, wenn es eine entsprechend positive Häufung gibt, was die Familienanamnese angeht. Die Prostata oder Vorsteherdrüse ist eine accessorische Geschlechtsdrüse aller männlichen Säugetiere, einschließlich des Menschen. Sie liegt beim Menschen unterhalb der Harnblase und umkleidet die Harnröhre bis zum Beckenboden. Sie ähnelt beim Mann in Größe und Form ungefähr einer Kastanie. An die Rückseite der Prostata grenzt der Massdarm an, also das Rektum. Deswegen kann sie vom Enddarm aus mit den Fingern ertastet und auch beurteilt werden. Aufgabe der Prostata ist die Abgabe eines Sekrets, das zusammen mit dem der Bläschendrüse, der Bulboritraldrüse und den aus dem Hoden stammenden Samenzellen das Sperma bildet. Wachstum und Funktion der Vorsteherdrüse werden vorwiegend von dem Geschlechtshormon Testosteron gesteuert. Die Ursache der Erkrankung ist bisher weitgehend unbekannt. Die genetische Disposition spielt bei der Entstehung der Erkrankung eine Rolle. Wir können eine familiäre Häufung beobachten. Daher gelten Männer, deren Väter oder Brüder Prostatakrebs hatten, als Risikopatienten mit etwa doppeltem Erkrankungsrisiko. Die großen Unterschiede in der Krankheitshäufigkeit bei verschiedenen Ethnien werden auch auf deren Lebensgewohnheiten zurückgeführt, zumal die Nachkommen, zum Beispiel von Emigranten, nicht das Erkrankungsrisiko ihrer Vorfahren tragen, sondern das des neuen Heimatlandes annehmen. Eine gewisse Rolle wird hierbei auch der Ernährung zugeschrieben. So ist zum Beispiel Gegenstand vieler Diskussionen, ob sich das Risiko für das Prostatakarzinom mit dem Genuss von Fleisch, vor allen Dingen rotem Fleisch, erhöht. In Zusammenhang mit der chemopräventiven Wirkung von Vitamin D3 wurden auch mögliche negative Effekte hoher Calciumzufuhr beobachtet. Also Milchkonsum steht hier im Fokus. Eine hohe Calciumzufuhr vermindert die körpereigene Produktion dieses Vitamins. Zwei prospektive Kohortenstudien zeigen, dass der Konsum von Calciumdosen über 2000 mg pro Tag, also über 2 g am Tag, mit einem erhöhten Risiko für Prostatakrebs einhergeht. In frühen Stadien ist Prostatakrebs nahezu immer symptomlos. Hauptbeschwerden ergeben sich beim fortgeschrittenen Karzinom aus der Blockade des Harnabflusses und es bestehen somit Miktionsstörungen, also Störungen beim Urineablassen. Möglich sind ein verzögerter Beginn, eine verlängerte Miktion mit einem schwachen Strahl auch. Es kann zu einem Nachtropfen kommen oder zu einer Unterbrechung des Harnstrahls während des Wasserlassens. Oft verbleibt Restharn in der Blase zurück. Irritative Beschwerden sind vermehrter oder überwiegend nächtlich auftretender Harndrang als Nükduri, häufiges Wasserlassen geringer Urinmengen, das nennt sich Polakisuri, ein erschwertes Wasserlassen, das ist die Dysuri, oder auch Schmerzen beim Wasserlassen, das ist die Alguri. Durch eine Druckschädigung von Nerven des Kreuzbeinbereiches kann es auch zu Erektionsstörungen kommen. Sichtbares Blut im Urin, als Hämatorie, oder im Ejakulat, das nennt sich dann Hämatospermie, ist hingegen eher selten. Beschwerden können im fortgeschrittenen Stadium mit einer Metastasierung auch primär durch die Metastasen entstehen, während das Prostatakalzinom klinisch stummen bleibt, so keine Symptomatik verursacht. Am häufigsten zeigen sich hier dann Schmerzen der Wirbelsäule und des Beckens. Bei starker metastatischer Durchsetzung kann es zu spontanen Knochenbrüchen ohne Trauma kommen, also zu sogenannten pathologischen Frakturen. Da häufig die Wirbelsäule die erste Aussaatstrecke bildet, treten komplexe neurologische Ausfälle, zum Beispiel durch Rückenmarktsverletzungen, wie ein Querschnittssyndrom oder das Cauda-Iquina-Syndrom, auf. Lymphknotenmetastasen können zu Lymphödemen der Beine oder des Hodensacks führen. Insgesamt stellen jedoch Knochenmetastasen für die meisten Patienten die vorherrschende Manifestation der Erkrankung dar und sind auch die hauptsächliche Ursache für die Morbidität und Mortalität des Prostatakalzinoms. Fortgeschritten metastasierte Tumore führen in der Regel auch zu Allgemeinsymptomen wie Anämie oder auch ungewolltem Gewichtsverlust. In der Diagnostik werden verschiedene Verfahren eingesetzt. Hierzu gehören die makroskopische und die mikroskopische pathologische Untersuchung, aber auch eine Einteilung in den entsprechenden Tumorgrad und auch eine DNA-Zytometrie wird durchgeführt. Im Rahmen der Therapie stehen vor allem eine Bestrahlung des Tumors und ein operativer Eingriff im Vordergrund. Daneben werden auch ein hochintensiver fokussierter Ultraschall, Hormontherapien und Chemotherapien eingesetzt. Sollte eine Tumorerkrankung so weit vorangeschritten sein, dass eine kurative, also heilende Behandlung nicht mehr aussichtsreich ist, wird palliativ vorgegangen. Hierüber soll eine möglichst hohe Lebensqualität bis zum Tode hin erreicht werden. Unter bestimmten Umständen kann eine Strategie des aktiven Beobachtens in Betracht kommen. Daneben kommt auch das sogenannte Watchful Waiting, also Beobachten und Abwarten zur Anwendung. Definitionsgemäß hat Active Surveillance, das aktive Beobachten, bei ansonsten gesunden und für eine kurative Therapie geeigneten Patienten das Ziel, unter genauer Überwachung einschließlich regelmäßiger Kontrollbiopsien, die rechtzeitige kurative Behandlung bis zu einem Zeitpunkt aufzuschieben, an dem sich möglicherweise die Tumorbiologie oder der Wunsch des Patienten dann entsprechend ändern. Experimentelle Verfahren sind aktuell auch die irreversible Elektroporation, die photodynamische Therapie sowie auch die Immuntherapie. Nach den Patientenleitlinien sind Nachuntersuchungen folgendermaßen vorzunehmen. Im ersten und zweiten Jahr alle drei Monate, im dritten und vierten Jahr alle sechs Monate und ab dem fünften Jahr dann jährlich. Dies umfasst vor allem regelmäßige Kontrollen des sogenannten PSA-Wertes. Bildgebende Verfahren werden nur bei entsprechendem klinischen Verdacht auf einen Tumorrezidiv oder eine Krankheitsprogression eingesetzt. Bildgebende Verfahren werden nur bei einem Tumorrezidiv oder ein 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 Tumorrez